Musik So, jetzt seid ihr dran. Jetzt habt ihr eigentlich schon von dem Wettbewerb gehört. Was für ein Wettbewerb? Das habe ich beim Sport gelernt. Hier können wir als Verein mitmachen, wir können uns präsentieren und auch gewinnen. Gewinnen? Was kann man da gewinnen? Ein Auto? Ja, genau ein Auto für den Verein. Oder Geld. Ja, cool. Was müssen wir machen? Wir drehen ein Sportvideo und das stellen wir auf beim sportgelern.de. Los geht's! Sag bloß, ihr habt doch noch eine Kamera dabei. Handy? Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich? Das lasst mal lieber den Winfried machen. Musik Ich habe beim Sport gelernt, dass es sich immer lohnt, bei einer guten Sache dabei zu sein. Dann lasst uns jetzt den Film hochladen. Einfach den QR-Code einscannen und schon sind wir auf der Seite. Musik Das könnt ihr auch! Macht alle mit! Alle Infos findet ihr auf beimsportgelern.de Musik ... ... ... ... ...